Schreckliche Meldungen auch aus dem Iran heute Morgen. Erstmals ist ein Todesurteil im Zusammenhang mit den seit fast drei Monaten anhaltenden Protesten gegen das Mullah-Regime vollstreckt wurden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet, wurde heute ein Mann hingerichtet, der Ende September bei einer Straßenblockade in Teheran ein Mitglied der paramilitärischen Basij-Milizen verletzt haben soll. Ein bitterer Rückschlag für alle Hoffnungen auf Veränderungen im Iran, die ja zuletzt aufgekommen waren. Der selbsternannte Gottesstaat bleibt gnadenlos.